Cheers! Freunde, ich hab mich gefragt, wann leckt ihr mir die Muschel? Willst du meine Muscheln lecken? Nennen wir das heutzutage Muscheln? Schatz, wir sind vor dem Einkaufszentrum. Naja, immer schmeckt es nicht geil, Iman. Natürlich! Ey, wenn die halt am Ende wenigstens wirklich die Muscheln lecken würden. Aber so, da frage ich mich, was haben die beiden wohl für ein Sternzeichen? Was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin Jungfrau. Bah! Mhm, ist echt immer so. Sehr, sehr lustig. Aber sagt mal, wie inhaltsleer kann Social Media eigentlich werden? So, und wer leckt gleich mal meine Sahne? Am besten zählen wir uns alle einfach noch ein Kondom auf die Nase. Wir freuen uns so sehr, auf deine Freude. Cheers! Ganz ehrlich. Und denkt dran, auch wenn ihr den Bauchnabel immer verhüten. Sag mal, ist der Bray schon drin? Wie Butter, du bist in meinem Bauchnabel! Nein! Wie Butter! Ey, was soll jetzt noch kommen? No way too fishy, I hope. Wer will nicht mal genau so hochgehoben werden? Was fehlt uns jetzt aber noch für den perfekten Content-Mix? Richtig Kleinkinder. Okay, ready? Hold on. Man kann nicht früh genug damit anfangen, Influencer zu sein. Und damit...